32 Kandidaten, 11 Shows, ein Sieger. Katharina Kuhlmann sucht den Car-Maniac-Deutschland. Über 200 Fragen aus allen Bereichen zum Thema Automobil bringen auch den größten Autofreak ins Schwitzen. Die erste Quizshow im deutschen Fernsehen, die nicht nur Köpfe zum Rauchen bringen. Car-Maniac, ab 19. Juni, 20 Uhr auf Sport1. Untertitelung des ZDF, 2020